hey leute vielen dank dass ihr den youtube channel von thomas elektronik eingeschaltet habt ich bin jana ich habe heute für euch ja etwas ganz besonderes etwas neues und zwar ist es die gx 9 la serie 2020 von lg die neuen oled sind endlich da produktvorstellung habt ihr ja schon gesehen heute jetzt wie versprochen das unboxing gx gx 9 was hat es damit auf sich im endeffekt ist es das gallery design von lg das heißt was ich euch schon beschrieben hatte lg hat es geschafft erstmalig die gesamte technik technik aufs komplette panel zu verteilen so dass wir halt eine gesamt bautiefe von gerade einmal knapp zwei zentimetern haben nicht wie sonst bei den oleds gewohnt unten dick oben schmal nein gleichmäßig ungefähr zwei zentimeter in der tiefe das hat es so noch nicht gegeben ich bin wahnsinnig gespannt darauf wie sich das gerät zusammenbauen lässt es ist ja die wandhalterung im lieferumfang enthalten und ich würde sagen wir legen direkt einfach los zunächst einmal kommen wir zum lieferumfang was ist in dem fernseher beziehungsweise ja im lieferumfang enthalten wir haben zum einen natürlich die sicherheitshinweise eine kurze bedienungsanleitung beziehungsweise eine auspack einleitung mit dabei die garantie karte natürlich dann die lg magic remote fernbedienung inklusive batterien dann was dies ja neu hinzugekommen ist ein sogenannter er blaster das heißt eine infrarot verlängerung für die passende fernbedienung und jetzt kommen wir zur besonderheit und zwar zur wandhalterung wir haben einmal eine bohrschablone die ich finde sehr sehr praktisch und hilfreich ist für alle zollgrößen sprich 55 65 und 77 zoll so könnt ihr direkt die bohrschablone an die wand halten und sie direkt wo ihr die wandhalterung anbringen müsst eine entsprechende montageanleitung für die wandhalterung und natürlich die wall bracket sprich wandhalterung selber mit den dazugehörigen schrauben und dübeln hier das gerät ist ausgepackt tut es auf jeden fall mindestens zu zweit selbst in 55 zoll wie hier am beispiel wiegt das gerät ein bisschen was wir wollen euch jetzt einmal zeigen letztendlich wie die wandhalterung aussieht die ja mit im lieferumfang enthalten ist wir haben euch das jetzt einfach hier mal hingelegt bzw um euch die zeigen zu können dass sie halt auch leicht ausziehbar ist leicht nach links und rechts demnach schwenkbar oder wenn ihr ihn ganz flach an die wand haben wollt drückt ihr dann dann nachher einfach den fernseher ran und dann seht ihr dass das ganze wirklich bündig abschließt zwei zentimeter in der tiefe das ist wirklich beeindruckend solltet ihr das gerät zu hause an der wand montieren natürlich erst die wandhalterung an die wand setzen ausrichten mit der entsprechenden bohrschablone und dann den fernseher reinhängen vielleicht etwas anders als sonst wie ihr das gewohnt seid von den unboxing videos liegt aber einfach daran dass der lg gx 9 la im auslieferzustand tatsächlich nur rein für die wandmontage gedacht ist das heißt ihr habt den fernseher und die wandhalterung im lieferumfang alles andere an fußoptionen die kooperation mit spektral die wir erwähnt hatten das ist dann separat zu bestellen hierzu zeigen wir euch auch noch mal ein separates video wir wollen euch einfach mal nahe bringen wie er so ein gx 9 fernseher an einen entsprechenden spektral standfuß montieren können in verbindung mit der passenden lg soundbar dann dazu auch das wird wahnsinnig interessant da also noch mal ein bisschen mehr technische infos beziehungsweise details zum aufbau heute nur rein das auspacken des geräts ich habe es ja schon gesehen ihr ja auch in der produktvorstellung ich finde es wahnsinnig gelungen die verarbeitung bei den seriengeräten ist jetzt wirklich top sehr sehr hochwertig kann man nicht anders sagen wird erhältlich sein beziehungsweise ist erhältlich in drei unterschiedlichen größen und zwar 55 65 und 77 zoll und dann wie gesagt als deutsche ware natürlich ganz wichtig als bezeichnung gx 9 la sollte euch das video gefallen haben lasst gerne ein like da abonniert auch gerne unseren channel und aktiviert auch gerne die glocke so erhaltet ihr stets benachrichtigung darüber wenn wir ein neues video veröffentlichen ansonsten solltet ihr fragen haben wie immer gerne stellen wir freuen uns drauf und dann bis zum nächsten mal ciao sagt bescheid soll ich ihm einen durchschneiden ja ne hat nicht geklappt und dann bis zum nächsten mal und dann bis zum nächsten mal